Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. GOP Naturaplan heisst, besser leben und besser leben lassen im Einklang mit der Natur. GOP Naturaplan erfüllt darum die Forderungen, die immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten stellen. Schonende Produktionsverfahren, sinnvollere Transportwege, ökologischer und biologischer Landbau, artgerechte Tierhaltung und tiergerechte Fütterung. 75% der Bevölkerung kennen heute GOP Naturaplan. Und mehr als 40% kaufen nach eigenen Angaben mindestens einmal in der Woche Lebensmittel aus umweltgerechter Produktion ein. Und vor diesem Hintergrund ist es für uns nicht verwunderlich, dass ein ganz besonderer Film auch in den Schweizer Kinos einen grossartigen Erfolg hat verzeichnet. Mikrokosmos, das Volk der Gräser, zeigt in dramatischen Bilden die unbekannte, faszinierende Welt der kleinsten Lebewesen. Eine Vielfalt, die den Biolandbau nicht durch Pestizide vernichtet, sondern fördert, indem er sich die Naturgesetze zunutze macht. Schädlinge werden so Zunützlinge. 350'000 Schweizer Familien haben bis Ende letztes Jahr den Film Mikrokosmos im Kino gesehen und sind begeistert gewesen. Auch Sie können jetzt Mikrokosmos zu Hause immer und immer wieder anschauen und sich von neuem bezaubern lassen. Wir haben den Film im Kino gesehen und schauen die Kassette immer wieder gerne an. Es ist vor allem auch für Kinder sehr lehrreich und überhaupt ein einmaliges Erlebnis. Ja, ist mega gut. Das Käferli ist so herzig. GOB offeriert Ihnen jetzt den Originalfilm Mikrokosmos auf VHS-Kassette zum Preis von 29 Franken. Und nach wie vor bestellen können Sie die attraktiven Mikrokosmos-Posters in vier Sujet gegen eine Portogebühr von 4 Franken bei folgender Adresse. GOB Schweiz, Stichwort Mikrokosmos, Postfach 4091 Basel. Verzichten Sie also nicht auf die tolle Wanddekoration. Die Auswahl an Produkten aus biologischem Anbau wird auch in unseren Gemüse- und Früchterayons ständig grösser. In über 200 Läden finden Sie jetzt Herdöpfel, Rüebli, Blumenköll oder Öpfel unter dem GOB Natura-Plan-Label. Und jede Woche kommen mehr dazu. Jetzt gerade besonders aktuell ist der Sellerie aus biologischem Anbau. Und Armin Amrein hat dazu das passende Rezept. Grüezi miteinander. Es ist ein panier Zellerie-Schnitzel auf einer erfrischenden Joghurt-Schnedlauch-Sauce. Und es geht so. Die Zellerie-Knolle habe ich gewaschen und im Salzwasser bissfest gekocht und dann in Scheiben geschnitten. Jetzt den Zellerie im Mehl, im Ei und im Paniermehl, den ich mit Salz, Pfeffer und Moschgen gewürzt habe, wende. Und die Panierung gut andrücken. Öl und Butter aufschäumen lassen. Dann die Zellerie-Schnitzel auf beiden Seiten goldgelb und knusprig braten. Für die Soße Joghurt und Rahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitronensaft würzig abschmücken und mit ein paar Schnittlauch-Rolle ergänzen. Die Zellerie-Schnitzel mit der Soße in die Mitte vom Teller geben und mit Schnittlauch garnieren. Auch das Rezept finden Sie wieder in der Coop-Zeitung, bei den Aktionen und auf dem Internet. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Mit süßen Beiträgen geht es jetzt weiter im Markenfenster, mit den Spots von Toffifee und Mars. Wenn meine Detektive internationale Verbrechen aufklären, Hier, nimm. Danke. entdecken Sie die heissesten Spuren und Sie durchsuchen die entlegensten Winkel. Aber wenn ich Toffifee ins Spiel bringe, was glauben Sie, was dann passiert? Oh toll, Mami. Dann kommen Sie sofort zurück nach Hause. Toffifee, das ist die Haselnuss in Karamell mit Nougatcreme und Schokolade. Es schlägt viel Spass und Toffifee, viel Spass und Toffifee. Weil Mars 50 ist, gibt es jetzt auf jedem Mars ein Riesenquiz, wo man drei Harley-Davidson und 5050 Mars-CDs als sofortpreis am Telefon kann. Mars 50 years of energy. Eine von diesen tollen Harley-Davidson steht jetzt hier neben mir. Wie versprochen können Sie sie gewinnen, wenn Sie beim grossen Mars-Jubiläumswettbewerb mitmachen. Mehr dazu sehen Sie und erfahren Sie jetzt in unseren Läden. Alles verschenken wie die Harley können wir natürlich nicht, aber günstig einkaufen können Sie bei uns jederzeit. Aromatische Tomaten aus Spanien oder Marokko kostet per Kilo nur 1,90 Euro. Alle Sorten Gruyère, offen oder verpackt, sind per Kilo 4,50 Euro günstiger. Omo in den 5,5-Kilo-Boxen kostet 11,90 Euro. Auch allerhand Süsses kommen Sie bei uns zur Zeit zum Aktionspreis über. Zum Beispiel eine 10er-Packung Mars für nur 5,90 Euro plus riesige Gewinnchancen beim Jubiläumswettbewerb. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein Herrenhemd in verschiedenen Grössen für nur 15 Franken. Und im Gobe-Restaurant steht unter anderem ein paniertes Schweinskotelett mit Dauphin-Herrtöpfel und Käfer für weniger als 10 Franken auf der Karte. Das wäre es wieder mal gewesen für heute. Wenn Sie ein Haustier haben oder einfach sonst gern Tiere, empfehle ich Ihnen das Gobe-Studio vom nächsten Mittwoch. Dort gibt es zum Thema Tier eine Menge nützliche Informationen. Bis dann, auf Wiedersehen!